In diesem Video möchte ich erklären, wie man eine Tabelle erstellt und die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegt. Innerhalb eines Textverarbeitungsprogramms verwendet man Tabellen vor allem zum tabellarischen Darstellen von Informationen. Das können Zahlen oder auch Text sein oder auch gemischt. Sollen mit den Zahlen in einer Tabelle gerechnet werden, so empfiehlt sich ihr die Benutzung einer Tabellenkalkulation. Zum Erstellen der Tabelle suche ich nach dem Werkzeug, in der Werkzeugleiste und klicke hier auf dieses kleine Dreieck drauf und kann dann die Anzahl der Zellen bzw. Zeilen und Spalten auswählen. Am besten ist es, man überlegt sich vorher, wie viel man braucht, wobei vor allem die Anzahl der Spalten wichtig ist. Die Zeilenanzahl kann man sehr leicht verändern, das werde ich noch gleich zeigen. Eine Möglichkeit ist, wenn man das nicht auf dem Papier aufschreiben will, ist, dass man erstmal eine Tabelle erstellt, die ausreichend groß ist. Das heißt, dass sie zum Beispiel auch sogar mehr Spalten hat, als man benötigt. Und man sich dann überlegt, was alles in diese Spalten hinein soll. Weitere Spalten können dann gelöscht werden. Man sollte auf jeden Fall aber erst mit der Formatierung, also die Veränderung des Aussehens der Tabelle beginnen, wenn man vor allem die Anzahl der Spalten angepasst hat. Das Löschen einer Spalte kann ich zum Beispiel mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs machen, das in dieser Werkzeugleiste hier jetzt verfügbar ist. Diese Werkzeugleiste ist normalerweise nicht zu sehen. Wenn man zum Beispiel den Cursor außerhalb der Tabelle platziert hat, ist diese Werkzeugleiste nicht zu sehen. Und sobald ich in die Tabelle reinklicke, erscheint sie. Was noch passieren kann, ist, wenn diese Werkzeugleiste da nicht zu sehen ist, dass sie unsichtbar gemacht wurde. Und zwar kann man das hier unter Ansicht, Symbolleisten, Tabelle machen. Und dann erscheint sie auch nicht, wenn ich in eine Tabelle hineinklicke. Also für den Fall, dass sie unsichtbar ist, kann man sie über Ansicht, Symbolleisten, Tabelle wieder anzeigen lassen. Die Tabellenwerkzeuge können übrigens auch woanders hingeschoben werden, zum Beispiel hier unten. Der Vorteil für mich ist, dass der obere Rand, wenn ich zum Beispiel rausgehe, konstant bleibt, während hier unten sich etwas ändert. So, diese Spalten könnte ich jetzt zum Beispiel löschen, indem ich dieses Werkzeug hier nutze. Dann wird also jeweils die Spalte gelöscht, in der der Cursor gerade drin steht. Mithilfe von diesem Werkzeug kann ich aber eben auch nicht nur einzelne Spalten löschen, sondern auch Zeilen. Auch hier wieder, Cursor ist in einer Zeile. In diesem Fall hier die dritte und die wird dann gelöscht. Ich kann hier vorne mit den grünen Symbolen aber auch etwas einfügen. Der Mouse-Over-Effekt zeigt mir, was passiert. Zum Beispiel, dass ich eine Spalte rechts einfüge. Das wäre also hier eine Spalte zwischen Datum und Stelle. Oder ich füge eine Zeile ein. In diesem Fall zwischen 2 und 4 könnte ich eine zusätzliche Zeile einfügen. Gerade die Anzahl der Zeilen ist sehr leicht eben zu verändern. Vor allem am Ende, wenn mir also zu wenig Zeilen da sind, dann muss ich das nicht umständlich hier mit diesen Werkzeugen machen, sondern ich kann, wenn der Cursor in der letzten Zelle rechts unten steht, einfach die Tabulator-Taste drücken. Und dann wird automatisch eine neue Zeile eingefügt. Das geht auch weiterhin. Allerdings funktioniert das nur, wenn ich eben mit dem Cursor in der letzten Zelle rechts unten bin. Hier zum Beispiel wird einfach in die nächste Zelle jeweils gesprungen. Erst wenn man wirklich genau weiß, wie viele Spalten vor allem man braucht, sollte man also dann mit der Formatierung der Tabelle beginnen.